Oh, ich kann nicht bedanken für das genug. Wir müssen wieder zurück. Ihr müsst eine Pause nehmen. Ihr seid willkommen zu uns hinter dem großen Green Screen. Ich behalte die Region sicher. Wir müssen wieder zurück. Ist das? Ist das für Häuser? Misses Wixen. Das wird mir den Tag lang gekoppeln. Ist das echt so? Ah, hier muss irgendwas wirklich. Echt schief, was so gewesen ist. Aber wir können hier auch lang, oder? Ah, hier ist nicht weg, nein? Aber hier ist nicht weg, nein? Ah, hier ist nicht weg, nein? Ein Werkband. Ein Werkband. Ja, geh du mal zuerst. Ich sicher. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ich kann nichts herstellen, ne? So, dann hier lang wieder. Ich will alles frei. Oh, nö, jetzt werden wir feiern. Ja, lass uns aber weiterlaufen. Ich bin in der Zeit. 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 Na, was los, Freier? Hat ihr euch geschehen? Boah! So eine Frau. Oh Mann, was auch immer. Ich bin hier draußen gerade am Kloppen. Ah, hier draußen auch sind wir feiern. Oh, ja, 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 ja. Vor allem, was ich nicht verstehe, dass ich drüber schlag. Das ist auch so bescheuert, ey. Geh doch jetzt mal weg hier, ey. Nur weil du keine Hobbys hast, was ist denn mit dir? Was machen wir hier? Also ich hab' die Fung, nur runter. Ich fresse! Roller, Brudger. Feier, Hombus, Tod. Was ist denn hier los, ey? Hallo, warum essen wir nicht alles unten rum? Das weiß keiner. Hm, da sind wir da richtig? Hinsen, aber wir müssen daheim. Ne, macht das schon. Rätsel. Hey, wir haben so viel Schaden. Deswegen geh' ich einfach weiter. Ja, ich weiß, wir laufen aber. Das ist ein bisschen Essen. Achso, ich wart' auf dich. Hey, deep-reed me. You still out there? Oh! Hello! Hello! Komm! Oh! Okay. Okay, ich hab' dich grad gerettet. Ja! Sehr geil. Der Trailer bei Stage 4. Stage 4! Roger that, Captain! Der Scheiben von Sohn, ey! Wo ist dat? Ganz da hinten am Arsch der Welt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass du das irgendwie nicht anklicken kannst, dass es dir irgendwie die Route so ein bisschen anzeigt. So, ich brauch' jetzt unbedingt mal ein paar Hände weg. Ähm, eine Wette, wenn die Fäße. Müsst du mal... Kommst du denn jetzt schon wieder? Gib mir doch nicht auf den Sack, ey! Müsst du mal irgendwie so'n Hände verschöchtern. Jaaaa... Da ist dein Spaßlos. Tch! BAM! Der Mikro wächst. Jahm! Jahm! Guck mal hier rein, ne? Komm mal rein da, Hilfe! Hier, Fress was! Genau, geht mal alles schön hin. BAM! Feliz Navidad! Das müssen wir jetzt einfach machen wollen. Wir müssen raus. Also es ist schon mal falsch, dass das ein Läufer ist, weil ein Läufer hat Beine und der hatte keine Beine. Ja, ich hab' ein bisschen massagiert eben. Wahnsinn! Du bist ein böser Mensch. Nein! Doch, bist du. Oh, da kann man rein! Nein! Oh, da ist ne Werkbank! Oh, super! Ich hab' auch keinen Schießpulver, ne? Ja! Schießpulver findest du auch völlig beschissen, ne, Finn? Ey, ich achte da gar nicht drauf. Total schlecht findest du hier Schießpulver, ey. Müsst'n bisschen wieder rein? Und wieder? Ja, und jetzt wird er links. Was ist denn hier los? Acht' euch alle in Ruhe! Ich mag euch alle in Ruhe! Ich mag euch alle in Ruhe! Wo denn? Mit dem Ausweichen macht man sich wenig, ne? Ja! Ja! So, wir müssen... Einfach grad' aus. Warte mal eben kurz, warte mal eben kurz. Ich muss mal eben... Ich muss mal eben was machen. So! Mauze voll von euch, ja! Hey, wo kommst du denn jetzt einfach mal her? Tu' dir ne Schreierin! Meine Fresse, du! Ich schlag dir in deine scheiß hässliche Fresse! Du blöde Mistkirch! Nein! Ich bin so dich vorgeschoben. Scheiße! Oh, nicht! Oh, nicht! Wenn wir mal sprechen, ist das ungeheftig? Eigentlich nicht, aber... Ich nehme mir die Zeit. Ja. Was denn? So! Inventar! Ich hab' nicht beschlossen, aber... Okay! 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 Aber trotzdem, der kann schon mal weg! Den Speer brauche ich an, das interessiert mich auch nicht wirklich! Schau! Was, lass, lass, lass! Essen's halt. Was? Lass, 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 lass! Essen's halt! Was? Tasty Donuts. Oh, so ein Donut? Da drin müssen wir, da müssen wir rein. Käpt'n Iglu. Käpt'n fixen. Hier bin ich. Hier bin ich. Schön, dass du es geschafft hast. Entschuldigung, dass du dich zurückkehrenst, aber ich muss auf deine Expertise der Zombie-Fighting-Kreise wiederholen. Ja, ich verstehe das viel. Was hast du vor, dass du töten? Ich muss ein paar... Kontrakte aus einer Office von Soundstage 7 aus. Ich weiß meine Grenzen. Warum müssen wir da jetzt schon wieder hinlaufen, Alter? Zum Spinnen-Ding. Ich verarschen. Hättest du doch vorher sagen können, da sind wir doch grad hergekommen. Nur fünfmal hinlatschen, ey. Wie so'n Dulli. Ja, ich hab' schon Bock noch so ein bisschen. Oh, scheiße. Was denn? Da ist so'n Ding drin, so'n Mutant wieder hier so'n... Hä, wo bist du jetzt hingelaufen? Ja, das ist sogar Spinne. Hä? Du hast gesagt, wir müssen zur Spinne wieder hoch. Nee, wir müssen zu dem anderen, zum Set 7 hier bei mir hinten lang. Was ist das für Spinne? Ja, aber die hat diesen anderen Spinntypen gemeint. Was ist denn? Wir müssen hin. Wir müssen hier. Ja, wir müssen da rein. Vorsichtig. Aber da kommt jetzt gleich der Spinnen-Hannes, ne? Spinnen-Hannes? Ja, der mit seinen... Edward mit den Scheren hinten hier. Ach, ne. Och, ne. Och, den hast du ja. Alter. Alter, was ist denn da los? Du hast was hier wieder. Ach, so ein Eckluder. Hm. Jep. Du hast mich verarscht. Das ist für mich ehrlich. Oh, ich habe das Film gesehen. Hm, hm. Hm. Warum heißt das... Erbe Eis benutzt? Warum heißt das nicht aufheben? Ja, wo bist du? Hier. Ich bin mir gesagt, du kannst nicht aufheben. Ja, hm. 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 Den decken ist warm! Hui. 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 Auwa, auwa. Hier ist ne Workbench. Hammer reparieren. Haben wir nicht da. Ja, wir sollen da rein. In den Raum, ne? Das ist irgendwas. Dann musst du irgendwelche machen. Elimiere alle Gegner. Achso, wir müssen alle Gegner zurück. Ja, warte. Das Problem ist immer neue. Und jetzt? Eliminiere alle Gegner. Wo ist da noch einer? Achso, wir müssen alle Räume hier aufmachen. Wer nicht. Ach, hier hinten geht's. Boah. Hä? Nee, aber wir müssen hier drin. Ist denn hier noch einer? Herbert! Hier ist einer. Musik! Musik! Das ist nur in einem kleinen Bereich hier. Auch hier ist noch was. Hier ist immer wieder einer rumgelegen. Ah, hier. Ja, der kommt doch. Nee, wir machen mal eine Form. So, Phase 1 abgeschossen. Nimm kurz auf das Stageset. Oh, oh. Jetzt kommt bestimmt der... andere Hannes. Wir haben's ja auch die anderen Hannes, denn? Weil, wenn du auf die Karte gehst, siehst du das. Wenn du auf die Karte siehst, siehst du seinen... Ich untersuche die Opfer. Achso, ein Opfer hab ich schon eben untersucht. Aber... Nimm seine Falschromkräfte. Hör mal auf. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Noch eine Leiche. Zwei hab ich. Noch gar keine. Ist auch nur eine Lässe. Aua. Wo ist die Lässe? Ja. Okay, hier draußen schon mal nicht. Ich muss schon wieder pinkeln, ey. Ah, ich hab die Lässe. Hey, nein. First Offices Log Supplement. Zomboid Emperor is hiding. I plan to draw him out with a sweet temptation. Rotten flesh. Mal das einmal weg sein. Hä, was jetzt? Der Schrecken ist ein schlechter Lockert. Lockertzombies ist statt, tönt ihr sie, um alle Köder zu benutzen. Okay. Hallo. Ähm. Ähm. Ja. Du musst an den Schalter. Hey, wie geht's? Still alive out there? Ja. Ja. Just making a tasty trap for a nasty zombie. Kreativ. Oh oh. Bin tot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alle getötet. Sehr gut. Was ist denn jetzt? Lauf doch, ey. Meine Güte. Was ist denn jetzt? Eliminiere den Schreck von... Oh Scheiße, da ist er. Ich bin tot, ey. Anbrechen. 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 Das tut. Ah. Jawoll. Ich bin tot. Willst du mich verarschen? Hör doch jetzt mal auf. Wo bist du denn? Oh. Ich bin raus. Aus draußen. Was war denn? Meine Fresse, es hört einfach nicht auf, ne? Diese scheiß Stromkacke, ey. Was ist denn los? Oh, hier ist ein rosa. Um, 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 um. Oh wow wow. Komm mal. Natürlich. Natürlich! Oh, kein Problem mehr mittlerweile. Oh, ich bin fast tot, ey. Ist da irgendwo ein Medikit? Oh, er läuft doch echt. So, jetzt erschrecken. Eliminiert, melden sie sich bei Sarah. Oh, jetzt müssen wir wieder zurücklatschen, ne? Ich melde mich per WhatsApp, okay? Ja, vor allem die alle haben so Funkgeräte. Weißt du, bloß die Kacke nicht hier. Wir müssen ja hier wieder ans Folgen. Weiß nicht was. Wir müssen ja hier noch raus. Ja. Was ist denn hier? Ja. Oh. 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 The Zomboid Emperor and his rotten scourge are vanquished. You did my crew a solid today. And me. I've been doing all right fighting these monsters one on one, but. The new tricks they're pulling out. Well. We may be overstaying our welcome here. Seriously though, Sarah. You could hold up with some survivors for a while. They're out there in Bel-Air. I'm a survivor. Sorry, but I've got other places in mind. Unfinished business to take care of. Thanks. I can take the rest from here. Na klar. Uh. Ja, the Drachenschwert. Geil. Uh. Uh. Massage. Massage. Und aufheben. So. Dann sind wir hier durch. Jetzt müssen wir zum Hollywood Boulevard. Und wo haben wir hier ne Map? Na, natürlich wieder nach vorne über der Spinne. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass du nicht irgendwie so schnell Reise an sich machen kannst. Ja. Vor allem, wenn du die Stages schon gecleared hast. Dann muss er aufgepimpt werden. Ja. Also. Ganz aufgeräumt hier drin. In die Schnauze, nein. Glaubst du so gemacht? Nicht scherz. Hallo. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich hab keine Zeit. Ich auch nicht. Ah. Lass mich aus. Bitte. Oh oh. 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 Einfach wenn sie aufm국íreFA macht. So einfach. Rausgelaufen, komm. Da komm mir die nicht hinterher. Die kleine Schweinsche. Die kleine Schwein, so, pass e Um. this. F3 F2 Nicht so viel Ich hab nichts Ich hab nichts Sock Sock Umm Wut Wut Nee Kann ich Weil ich einfach keine Kohle hab deswegen Ich hab einfach kein Geld Einfach kein Geld Einfach so Ich kann nicht mal was reparieren Gut Äh, wer wollte nach Hollywood Boulevard Ist noch jemand da? Hallo Ja Abfahrt Seine Songs kommen bei mir immer sehr abgehakt an Echt? Meine ehemaligen Songs Oh, was hab ich getan? Hannah Montana Er ist schwer Ich werde Die Zäume Zäume Echt Der Ja Ich werde Die Zäume Dann Ich bin Oh Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Bozzi ging auf Soundstage 5, um ein Pyrotechnik zu retten, das ein Filmstudent rief. Oha, wert. 1.089.000. Boah, das Freihänder ist er. Nö, kein Freihänder. Nö, hat er 3 Stunden zum Zuhauen. Hier muss ich... Was machen wir überhaupt hier? Kann ich dir nicht sagen. Das darf ich dir nicht verraten. Muss nicht in die Werkbank. Ähm, warum schweben hier Flaschen in der Luft? Was ist denn hier in der Werkbank? Ist hier keine Werkbank? Hm? Oh, hier! Ha, ich brauche von der Nase, Alter. Ha, ha, ha. Ich bin blind. Hallo. Hallo. Da, 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 hier! Boah, verschimmelt. Oha! So, was ist denn jetzt hier? Wir haben doch hier... Ne, war das Ende. Hä? Da war doch gerade noch eine Quest gestanden. Ah, ne. Da müssen wir hin. Huch, ich hab die falsche... Schwimmen bei dir auch hier zwei Flaschen in der Luft? Ne, eine nur noch. Ne. Hä, ne, ach. Ne, wir mussten hierher und jetzt müssen wir wieder zurück in die Monarch Studios. Oh, ne, da hab ich jetzt keinen Bock mehr. Leck mich, ey. Wie oft denn noch, ey. Gehen wir lieber nochmal an den Beach, ey. Gehen wir nochmal in dieses scheiß Filmstudio, ey. So nicht. So, bis eins hab ich noch Zeit. Läuft. Zeit ging schon wieder so schnell vorbei. Oh, ich muss eigentlich einkaufen. Ja, muss ich dann auch noch. Aber ich hab nicht weg, weil... Das passiert muss ich persönlich annehmen. Ja. Das ist ja richtig dumm. So. Hallo, mein Versus. Verfügbare Quests. Verfügbare Quests. Mach das mal. Organspende. Organspende. Mach die Bereitung auf die Todesgruppe. Treffpunkt Hinterausgang. Jawohl, das hat sich doch noch was ab. Hinterausgang, ne? Ja. Ja. Das ist meins. Ja. Das ist meins. Wir müssen da hin. Ich bin... Ich seh's grad nicht. Hä? Ja. 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 Das gibt mir oh nischt. Du darfst doch rüber. Ach, keine Reihe. So, und jetzt? Hier lang. Ein Reich. Ein Reichhelm. Und dem will ich mich reicheln. Versteh ich nicht. Entschuldigung. Ist das hier ein Track on the beach? Wenn du willst. Was bin da? Mach hierher und fang doch. Ne, wieder so ein Fogel, ey. Ja, reden wir. Vor allem ist ein Punker. Hä? Bei mir sind ein anderer. Bei mir sind ein Frifter. Ja, so ein Schlitzer-Punker. Ne, bei mir ist er ein normaler. Ih, guck dir den mal an. Aber meiner ist noch hinüber. Meiner auch. Hä? Wo bist du denn überhaupt? Am Faden. Ja, du bist ganz woanders. Das hält uns die Bies machen. Ja, wir müssen dahinter. Ich glaube, das hält uns die Bies machen. Dann... Viel Spaß mit den Zombies. Wir müssen wir... Wir haben dir angezeigt. Och, Alter. Verpischt euch jetzt. Also ich werde dir nicht angezeigt? Ah, ich bin zu holen, ich weiß nicht warum, aber ich war mir sofort tot, sofort. Ich eile. Ja, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Weggelaufen. Du bist ja doch am Bief. Ja, wir müssen dahinter. Ich will Sex haben, gibt's doch so. Oh ja, Freude und Freude. Nein, hier dann, hier dann. Wollen wir ein Haus auf dem Gebiet, kann das sein? Ja, hier sind, bei den Partyboys muss man hin. Ja, bei mir soll ich nicht rauskommen. Ja, aber ich bin hier gerade in so einer Nebenmission gelandet irgendwie. Nee. Aber die ist halt effektiv bei dem. Ja, aber da hält man immer selber Schaden. Ja, das ist ein bisschen dumm, ja. So, was soll ich jetzt hier? Oh, da kommt noch mehr. Ja. Au. Ein fettes Viech, ey. Sag mal. Oh, Aua. Alter. Die Parallel ist Musik, ne? Hast du denn die Musik? Ja, weil die dann geclaimt wird, wenn's dumm läuft. Das nervt mich. Dann müssen wir sie aushalten. Ja, that's more like it. Denne ich vor, dass ich die Probleme nicht mehr hab. Boah, was war denn das jetzt schon wieder, ey? Ja, ein neuer Al, was ist denn los hier? Das haben wir geschafft, ne? Ja. Oh, natürlich. Warum auch nicht? Komm her, ich mach den zweiten Helm. So. Was haben wir jetzt hier für gekriegt? Ja, ich guck auch schon die ganze Zeit. Ja, ich guck auch schon die ganze Zeit. Nein, da warst du nicht wieder. Ich vielleicht. Wir müssen hier rein. Ja, weiß ich auch. Das war ein bisschen dumm von mir. Ja. Ohne Health Bank. Ohne Health Bank. Hey, was ist denn jetzt aufgelöst? Kleine Säure? Möglich. Ähm, brauchst du Hilfe, ne? Wo? Ich seh schon auf der beiden Zütteln. Den letzten eben. Hä? Hinter der Mauer. Ach ja, da. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach, da war doch die andere das letzte Mal. Oh, 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 oh. Ach, da war doch die andere das letzte Mal. Oh, 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 oh. Da oben, ne? Ja. Boah! Penner, ey! So, geh du zuerst rein? Ne, das ist ein Fall. Ich sehe das jetzt schon. Achso. Vorsicht. Oh. Mit uns rein. Aber, aber, aber. Aua! Ich habe es noch gesehen, weißt du? Aua. Ich sehe das raus, da hinten. Nein, ich möchte das nicht. Oh. Jawoll, da waren wir noch nicht. Geil. Der Papa hat einen dicken Knüppel für euch. Oh mein Gott, ne. Oha, alle sind hier los. Schlachtpartie? Komm mal gleich mal vorsicht. Oha! Alter! Sind das diese Schlachtabfälle von denen alle reden? Lass die Todesgruben in Flammen aufgehen. Eins von drei. Lass die Todesgruben in Flammen aufgehen. Eins von drei. Das ist ein Spiegel. Das ist ein Spiegel. Hier ist ein Spiegel. Ähm, okay. Und so. Und das Spiegel. Boah! Luft auf. Es riecht so schlecht. Boah, hab ich nicht getroffen? Alter, sag mal. Ich kann echt wollen nur leider. Boah, Alter, was willst du mich? Aaaaah! Effi! Aber wie viel sind denn das? Was? Das war das letzte Halfpack. Das ist ja scheiße. Hau ab jetzt! Du brennender Trauerglos. Oh, hier ist ganz schön Stimmung, ne? Muss wahrscheinlich noch einmal in die andere Richtung laufen, ne? Okay, die sind festgepackt da hinten. Was? Ich riecht mit meinem Rücken gar nicht mehr. Woah, warte mal! Boah, Alter! Wo, das ist Nummer drei. Ist angesläft. Nein? Selbst. Eliminiere die feuerspeinenden Feinde. Natürlich! Oh fuck! Hä? Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Wo sind denn hier feuerspeinende Feinde? Ach, Alter. Ja, ich bin neben dem. Ich bin neben dem Steg haben wir jetzt mal so. Aber irgendwas hat mich getroffen. Ich panne, ich panne ab und Wasser, ab und Wasser. Hä, ich bin Wasser, hab's gepannt. Und er hier, der hat sich hier da. Ja. Ja, Mann! Ich hab's gesprocken. Ich brauch' ne Fußwaffe. Ja. Wo? Wo? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da schon wieder. Alter! Ich bin da hinten, Mann! Hell ja! Es gibt Sonne, ey. Es gibt Sonne, ey! oh es gibt so nieder Das war ein Mann, ey. Ja, was ist denn da? Woa! Woa, der meiste Silvi-Bahn. Was ist denn vor ein Weile? War nur der eine, ja. Was ist denn jetzt? Er steht der Wand auf der Relic. Ah, okay. Seh gar nicht mehr. Wo müssen wir hin? Ja, ist echt zu... Das ist übel, ey. Man sieht nichts mehr. Ich würde sagen, dann machen wir auch gleich mal Schluss. Ja. Wir gehen mit so die Quest-Tab und dann machen wir mal Schluss, ja. Hier müssen wir, glaube ich, hoch. Ah, genau. Hier war auch eine Wertbank. Oh, hier war eine neue Waffe. So, da oben war die, glaube ich, ne? Ah, ja. Hm. Get the Firestarter. I prefer Gin and Tonic beside the pool. That acid gunk was a waste of time. Shoulda burnt them from the get go. Must be hard, seeing your comrades burn. Können die mal was anderes zeigen? No, sie waren enemy-Kombatoren. Und das ist, warum man nicht einen konventionellen Krieg kämpfen kann. Ja. Vielleicht sollten wir die Wissenschaften folgen. Ja. 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 Ja, du machst ja immer vor mir sonst. Ich weiß ich nicht. Ich sehe gerade nicht mein Level. So. Noch einmal runter zur Werkbank und dann... Wenn du ihn sollst, dann wirst du dein Level oben heiß. 26 So Hier ist mein Tor Aus die Maus Noch kurz reparieren Musik Musik So Speichert ja von alleine Musik 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 Musik